Jetzt kommen wir mal zu unserer Erneuerung, zu unserer neuen 3-Meter-Halle. Wir haben dort Simulationen fürs AC-Schnellladen. Wir haben fünf Prüfungen, die wir jetzt bis 325 GHz machen können. Das sollte einzigartig am Markt sein im Moment, da sind wir ganz stolz drauf. Und wir haben sogar Kunden, die aus Australien und Neuseeland zu uns kommen, weil wir sowas anbieten können. Ich freue mich auf die Eröffnungsfeier heute hier in Straubing. Ich freue mich auf interessante Gespräche. Ich freue mich aber vor allem für unsere Mitarbeiter, die in den letzten Monaten mit den Lieferanten hier was ganz Tolles hingestellt haben. Und ich bin gespannt, wie die Kunden das heute sehen. Am meisten freuen wir uns heute über die Tatsache, dass sich über 100 Kunden angemeldet haben. Die wir zum Teil schon kennen. Das sind Bestandskunden, aber auch Neukunden, denen wir zeigen wollen, was wir im Portfolio haben. Die wir auch überzeugen wollen. Die wir auch über die Tatsache, die wir sehen, wie die Tatsache, 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 die Tatsache. Untertitelung des ZDF, 2020